Ich will nicht sagen, wie das ist, wenn man mal niemals Kino gehen braucht und das einfach zu Hause hat. Ein Tag, nicht so leihwand, aber am Abend Weltklasse. Toll, Bissarronanlage. Und was haben wir drinnen? Stirb langsam vier. Check it. Wenn es ein bisschen lauter wird, nicht schrecken, gell? Bissler Action, gell? Bissler Action. Diese Boxen da oben, die sieht man jetzt schlecht, sind für die Effektgeräusche. Das heißt, wenn irgendwer geht oder ein Motorrad zum Beispiel stürzt, die Sprache ist da vorne, aber es wurscht, es hört sich sowieso nicht. Wahnsinn, oder? Ja, der Film ist schon ziemlich endgeil. Und? Ist gut, oder? So, jetzt drehen wir wieder leiser. Und so weiter und so fort. Und so weiter. Und so weiter.